Auch heute wieder Kifferwetter. Ist das nicht geliehen? 7 Uhr und 6 Minuten. Im Maschinenraum sind auch Geräusche zu hören. Das kündigt eigentlich auch an, dass die Verbrennung nicht so toll ist. Ist das nicht genial? Das ist doch wieder der Hit. Ohne Worte, keine Ahnung. Es ist so. Das ist doch nichts zu fassen. Das wird nachher alles noch ein bisschen besser. Wer heute noch vorbeischauen möchte, soll das mal antun. Okay.